Weg. Geht das nochmal. Wolltest du zu nem Typen hingehen? Komm raus, Patrick. Hätt ich mich ja auch verschwinden lassen können. What the fuck? Gut oder was? Ja. Alter. Ich bin draußen oder was? Na ernsthaft. Fick dich du Hundeson. Jetzt hab ich wenigstens eine Werkzeugkiste. Team's legit. Team's legit. Das war schon so. Das ist neu. Hab bisschen getuned. Okay, fuck jetzt, Alter. Warum macht ihr eigentlich immer mein Auto gehabt? Immer. Spürlich sei. Das hab schon gesehen. Checken wir jetzt einfach hier irgendein Auto ab. Wenn ich bin und check dir hier. Herr Patrick. Dann lebe ich wie ein Rebell. Mit Vordernachter. Herr Patrick. Joa. Joa. Weißt du, ob man mich nicht hört? Die hört man. Sehen Sie bitte mal die Waffe runter. Danke schön, Herr Patrick. Hallo? Hallo? Sollst du die Waffe wegstecken, Mann? Stehen Sie mal auf. Gott schießen sind hier so rum, Herr Patrick. Ja. Patrick, Gott schießen sind hier so rum. Was? Ich mach das gar nicht. Das war ich. Ihr rennt der殿 doch. Da! 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 Ich muss weg. Gut dann holen wir doch mal einen Kollegen zurück, dass da hier... Mit sowas bin ich doch gar nicht befreundet. Das sind nicht meine Kollegen. Patrick. Du machst das schon. Jajaja. Schnell, ich bin hier drin, ich tarn euch alle, sagt mir halt hinter, wo ihr seid, alle. Schnell weg. Oh mein Gott, ich bin über die Wand reingefahren. Schnell, dann wirkt mal die Steige ein. Verweilt euch alle, ah, der eine hat den anderen Bullen vergessen und der andere wurde in dem Autohotel. Alle, wohin seid ihr? Aus der Stadt raus. Ja, welche Richtung? Äh, Westen. Niemals ohne Seife waschen. Quasi links. Wollen wir nicht, äh, zu diesem Highway, zu diesem Orangenen? Guck mal, da steht ein Geländewagen mitten im Feld, Uwe. Westlich von uns. Siehst du das? So ein blauer. Da kannst du dich nicht sehen. Boah, ist hier nicht. Auf der Karte? Oh, fuck. Die sind da auch hingegangen, gell? Wohin? Ja, Richtung Westen. Um. Ja, wahrscheinlich euch hinterher. Oh mein Gott, da kommt ein Auto, Uwe. Achtung. War das, warst du das, Patrick? Weiß. Vorbeigefahren? Ja, äh, zurück. Oh. Hä, die sind aber auch den Weg gefahren. Ich glaub, die sind da nach links gefahren, bestimmt. Ich mach mal Licht aus. Wir stehen hier hinter so einem Haus. Patrick, zurück auf dem Ziel. Ja, ist egal, ist vorbei. Da geht's voll ab, weil die beiden weinen. Oh, fuck. Oh, shit. Ich hab wieder ein Bein geklatscht. Was hast du gemacht? Schiff gehen, hab ich gleich mal umgehauen. Wer hat wen umgehauen? Ich hab den umgeklatscht. Aber der wollte doch, oder? Wahrscheinlich. Hallo, Uwe, gönnt ihr. Alter, ich kann ja gar nicht. Warum konnte ich's mit denen? Geh mal lieber, das wird mir grad ein bisschen zu heiß, ja. Alter, das ist so riskant, mit 170 durch die Streets, Alter. Fuuuuck! Ich muss mal die Sportslimme holen. Die färgert über 300. Echt? Ja. Geil. Und du hast elf von Patrick. Ey, shit. Das waren alle meine Repair Kids. Wir sind vorbei. Womit bin ich? Wir sind vorbei? Ja. Und nicht anhalten. Nein. Warte mal, hab ich keine Repair Kids. Alter, du hast ernsthaft keine Repair Kids, oder was? Nein. Alter, du musst du laufe ich die ganze Zeit. Und bei deinem Fahrstil müsstest du uns eigentlich selber gedacht müssen, dass du 50 Repair Kids brauchst. Ihr habt mir mein letztes Geld aus der Tasche gezogen, Alter. Der eine will eine Driver's License. Der andere will noch mehr Cash. Der andere will noch meine Driver's License. Hast du genug? Ja. Ne, mal der Uwe, ob der genug dabei hat. Es bleibt bestimmt mittlerweile 10. Ja mittlerweile nicht mehr, ne? Oh fuck. Ich bin der Angelo Merte. Ich bin der Angelo Merte. Ja, mir lebe. Die sehen mich rollen. Die haten mich. Okay nein, Mann. Das pinke Auto stinkt. Okay nein, Mann. Ich nehme doch das pinke Auto. Also không Elo следующий. Veine Merte. D確 eros Hasen. toofurcht Und mock diche France. Und da. Und da. feelsID es. eBareorek. D psychon va. Bocилась dem D psychon. Das Umschalt hast du drücken. Tavala, spawn. Ghetto, die Mütze. Umschrauber, Umschrauber. Hey, warte mal, wo mach ich denn? Wo ist denn schon? Ich hör nix. Rudi, scheiß das, Alter. Guck mal, das ist Rudi-Zei, Alter. Rudi-Zei? Wo mach ich Voice-Chat? Rudi-Zei? Ja, Mann. Ich will Patrick einfach ein bisschen. Wo mach ich Voice-Chat? Was? Wo ich Voice-Chat mache? Was? Wo ich Voice-Chat mache? Ich hör kaum was. Das schratzt der aus, Alter. Alter, hier ist es zu viel Dubschrauber. Du zählst schon über den Sohn, komm von da oben runter. Alter. Alter, Alter. Alter, ich war direkt gejagt, Mann. Warum? Wie kann ich mir da mal Voice-Point setzen? Da war Polizei-Kontrolle und ich hab das Quad geklappt. Ey, wie kann ich da mal Voice-Point setzen? Alter, die haben mich gezwürmelt, Alter. Lass mich aufstehen, Mann. Ey, wirst du mich eigentlich verarscht? Voice-Point. Oh, ich wurde festgenommen. Ich kann nichts hören. Da Hubschrauber ist so laut. Hallo, ich bin Schwarz. Ey, warte. Worum wechsle ich den Chat? Alter, wer ist da gerade getasert worden? Hallo, ich bin Schwarz. Ich bin ein verdammter Neger. Alter, ich hör dich, Mann. Wo bist du? Ich stehe hier bei der Polizei. Festgenommen, Mann. Wie benutzt man denn hier Sachen nochmal? Erklär mir das mal ein bisschen kurz. Mit I oder mit Z bist du in deinem... Ich glaube, Z bist du in deinem altes Menü. Ah, okay. Wo bist du eigentlich? Ich stehe direkt vor dem Polizeiauto an der Ecke vom Marktplatz und bin festgenommen. Komm schon wieder raus? Ah, okay. Ja, genau, da bin ich. Wie steige ich mir irgendwas ein? Kannst mich befreien. Mit Mausrad drehen und dann einsteigen. Normalerweise kannst du abschließen. Ich rieche es doch. Also nur, weil ich Schwarz bin. Lass mich gehen. Ey, Uwe, haben wir hier schon mal gespielt? Ja, Mann. Ich habe 900.000 auf der Bank. Ah, wahr? Das ist aber kein Scheiß, Mann. Doch. Doch, wir haben hier ganz am Anfang gespielt. Mit dem Drogen war das doch hier. Ja, Mann. Alter, kacke, Alter. Krass, Mann. Ey, lass mich gehen. Alter, ich habe 3.000. Alter, ich habe 3.000. Das habe ich, ey. Und jetzt kommt der Herr. Ich habe nur eine Toast. Oh, Mann, der pack mich ins Auto, Mann. Ich kann Kokain noch machen. Hallo, nimm Schatz. Alter, wie ich da hinten draufstehe. Nimm jetzt mal den Hungymau nicht mit hier. Nur weil er schwarz ist, oder was? Ah, CW. Ah, CW. Ihr könnt mich fesseln. Das ist mega schlau. Aber ihr könnt mich nicht zwingen, mich hinzusetzen. Die Schokolade ist aber nicht zum Essen. Ich bleib standhaft. Wir holen uns einen schwarzen... Wir holen dich zurück, schwarzen Bruder. Brudi! Brudizei! Hilfe! Du hast eine Nachricht von einem Admin. Alter, ich auch. Wir öffnen dich nochmal nach. Alter, voll sperrigen. Alter, wie ich da hinten draufstehe, wie Boss, Mann. Steil, Alter, wir müssen uns einen schwarzen Bruder holen, ey. Ja, lass mal Auto holen. Oh Mann, ich bin bei der... Alter, die werfen mich bestimmt jetzt mehr, Mann. Die fahren in so einen Waffen rein. Oder ist das hier die Polizei? Hey Dominic, wir sollten uns einen Quad holen. Einen Quad, Mann? Wir kaufen uns direkt jeder ein Jeep oder so. Stimmt, Mann. Alter, ich muss auch mal gucken, wie viel ich noch auf dem Bank habe. Ich würde sagen, jeder bekommt ja schon 100.000 von Dominic. Warte, ich würde sagen, nein. Alter, weißt du, da spiele ich hier das Alte wegen euch. Und wegen uns. Super, warum bist du hier? Warte mal kurz, Markus. Ja? Ich mute mich mal kurz, so du sagst, ich glaube, du mich gut in den Game hörst. Okay. Warte mal kurz. Ich wusste ja nicht, dass das jemand anderem gehört. Uwe, sei mal still. Alter, ich rede gerade mit Bullen, Mann. Patrick? Ja? Hat man kaum gehört, irgendwie. Halt's ab. Doch, Mann. Ich will mit meinem Anwalt reden. Alle der hässliche Hebe, fahren wir jetzt hin. Kommt hier. Ich bin bereit, Alter. Wo seid ihr? Ich bin mit meinem pinken Auto, also bereit zu abfahren. Richtung Peaches, oder was? Ja, Richtung Peaches stehe ich schon. Ja, ich bin der gelbe Wagen. Dominic, wo bist du? Ich bin der Lila, ne, hier vorne. Ich bin schon gerade vor schon. Ich habe Vorfahrt. Ich habe Vorfahrt. Ja, Ollo, ein paar. Ich habe Vorfahrt. Oh, warte, ich muss jetzt, oh, ich muss da hinten. Oh, Leute! Okay, Scheiß jetzt, Mann, fahr. Okay, ich muss doch nach vorne. Alter, ich fahr nach dem Maki rein. Bitte, Alter, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nein, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, fuck. Okay, Junge. Alter, Junge, pass auf, Alter, dich klingt. Oh, fuck, Alter. Oh, Alter, wie ist, Uwe, Uwe, was schlägst du so, Alter? Ja, weil du Patrick nicht dran wollen, denn. Scheiße. Wartet auf vier. Mal, Repair-Wiege. Also, Uwe, das war eine gute Idee. Aber das ist, ich habe nur vier Repair-Kids mitgenommen. Alle gehen zurück, aber kaufen nochmal fünf. Ey, solltest du hier schon mal Waffen holen? Hier. Achso, ja, ne, nur wir zwei. Ey. Ja, oder sollen wir jetzt hochfahren? Wir können jetzt auch eine so machen, egal, aber. Ja, lass mal so versuchen, Mann. Alter, halt das da nicht einfach, Alter. Ich bin dann echt nach rechts rangefahren. Was machst du denn, du? Alter, halt, wir sind vor mir gehalten. Ja, aber ich bin da draußen auf dem Radstreifen. Man fährt schon auf dem Radstreifen, Mann. Alter, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin die Straße weiter. Alter, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin die Straße weiter. Hä? Die Straße weiter. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Die Straße, Alter, hoch. Alter, wo seid ihr? Alter, wo seid ihr? Ja, natürlich, beide rückgreifen, Mann. Das ist aber nicht, ich hab dich nicht getroffen. Natürlich hast du mich getroffen. Du bist hier vor reingefahren, Mann. Das heißt, da hinten liegt einer. Wo? Das hat ein Schild gewesen, noch nicht. Nein, nein, da liegt einer bei mir. Wo? Der zielt mit Waffen auf mich. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, Mann. Alter, was machst du? Du hast keine Waffe, fahr weiter. Fahren wir nicht um? Der will mich frech überfahren. Keine Ahnung. Der will nicht überfahren. Hä, ich seh den nicht. Wo bist denn du? Hinten weiter. Da ist er. Da ist er, ja, Mann. Wir haben keine Waffe, fißen wir uns. Fuck the Pope. Kann man den nicht umfahren, oder? Alter, komm, nirg mal den um, Alter. Komm, ich fick ihn. Boah, war knapp, Alter. Alter, ihr fahrt euch jetzt noch gegenseitig in Haufen. Lass uns mit den Lacken einfach stehen, Mann. Lass uns die wichtigen Geschäfte machen. Ich kriege den auch, Alter. Ja, ich glaub schon, Alter, aber das hilft so lange. Das ist der weiße Streifen oben. Hast du ihn, oder was? Ich bin tot. Alter. Hast du abgeschlossen, als du im Auto warst? Weiß ich nicht. Ich hab ja schon abgeschlossen. Sein Auto. Den krieg ich doch, Alter. Ja, ich krieg den von der Sonne. Ich ruf mal einen Medic. Nein, du kriegst den nicht, Mann. Ja, doch, wenn er zum Auto steht. Lass den doch, ich hab's euch gesagt, Mann. Doch, nicht an den Wänden da. Lass den, sonst fahrt ihr euch da über selber nun in Haufen. Boah, fuck, wer ist das im Orangenen? Alter. Ich hab doch gesagt, wir brauchen Waffen, Alter. Nein, lass einfach so holen. Was ist denn, Hunde-Sohn? Der hat dein Auto genommen und hat mich jetzt zu Tode gefahren. Sauber. Alter, warum könnt ihr das nicht abbrechen? Lass uns mal Waffen holen. Wir haben ja noch genug Geld. Dreckst, Zaun, Alter. Hat eh keiner gebraucht. Wahrscheinlich besser so, dass der kaputt ist. Alter. Und nie wie an dem Fahren auf die Map gucken. Oh, ja. Ich mach's. Zack. Alter, guck, ich hab's gepackt. Die Lateine hat eh keiner gebraucht. Schon wieder was umgefahren, oder was? Nö. Okus, du bleibst du. Ich zeig schon mal aus hier? Ja, Alter. Du bist viel zu langsam, Okus. Nein, aber das Auto zieht nicht genug hoch. Aber komm. Wir gehen jetzt hier entlang. Also siehst du die Windräder? Mhm. Sie sind genauso wie du, nur am Rotieren. Alter, die gehen übel ab. Zack, 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 zack. Fahrt uns vielleicht nicht um hier, ja, bitte? Ja, komm, dann nicht zu schwulern, wenn du da bist. Oh, Alter, nice. Mit 100 ums Eck schaffst du's. Ich hab ein bisschen abgebremst. Alter, noch 800 Meter, dann haben wir's geschafft. Hauptsache die Abkürzung genommen. In Klammern, Abkürzung. Ja, wow. Müssen wir jetzt gatern. Mhm. Wo? Ach, ihr Game. Ach, ist doch mal unnötig, ey. Alter. Gathering. Cocker. Ihr collectiert ein paar Kokain. Ey, ich repäre irgendjemand einen Wagen, ge? Warum? Weil man das reparieren kann. Und weil ich nett bin. Was kostet. Oh nein. Ich dachte, sowas nicht. Hast du kein Geld dabei? Bisschen. Habt ihr so viel kostet. Ach, so einen halben Tank? Nee, das kostet glaube ich nicht viel. Wo ist die Stein-Tank? Oben. Achso, ganz oben. Alter, irgendwie gibt es das ganze Muster. Nee, dieser Balken, der von rechts nach links runter geht, der dünne. Irgendwie ist es traurig, Alter. Mein Auto, rechte kaputte Seitentür. Das Auto gucke ich an, lechte kaputte Seitentür. Ja, aber meinst du aber auch? Wer ist denn hier reingefahren? Ich glaube, das ist normal so, oder? Ja, tatsächlich. Bei allen, Alter. Klasse. Okay, TRX, Blutie. Ich hab halt von vorbeigefahren. Ja, ja. Verdammt. Das ist hinter so, direkt hinter ein paar Bäumen. Da kommt so eine Baumgruppe auf der rechten Seite und dann geht ein Feldweg rechts rein. Ja, aber das dauert noch. Da kommt das jetzt rein. Ja, so einen Kilometer, denke ich mal, ist das. Also, boah. Warum bin ich explodiert, Alter? Aber der Auto ist kaputt, war der Geschmack. Abstand halten. Alter, ich hab Abstand gehalten. Ich bin... Uwe, stand hier dran. Ich glaube. Alter, ich hab nur noch 10%. Ich glaube, ich werde Stern. Nein. Danke schön. Das war's. Ich bin mir wieder. Äh, unsere beiden Fahrzeuge sind gerade durch den Desync explodiert. Kann man uns vielleicht wieder zurückfliegen? Oder können sie uns zum Coca-In-Processing fliegen? Ah, sowas darf ich nicht machen. Tut mir leid. Also, normalerweise... Also, ich meinte nur, ich wohne dort in der Nähe. Da würde ich gerne hin. Achso. Wenn ich jetzt die gleiche Bullen hier hinschicken, Mann. Okay, meinst du über Manfred Skitsch? Oder? Nee, Moment. Über Zaros? Wie lange brauchst du noch, Markus? Bin gleich da. Ich bin über 600 Meter. Weil du kannst das nicht processen. Ja, Zaros wäre perfekt. Was? Du kannst das nicht processen, weil du, glaube ich, die License nicht hast. Dann gebe ich dir meins, was schon fertig ist. Also, ja genau. Eigentlich können sie uns in Zaros rauslassen. Da ist unser Haus. Meins in Haus, ja. Ja. So, ich muss jetzt leider meinen Pflichtstopper. Also, du musst meins in meinen Kopfraum fangen, wo du deine unprocessed. Warte, Mann, ich stehe gerade mal, wo du bist du? Ist hier drin? Warte, ich habe ein paar Autos. Warte, mach, ich gebe dir auch meine Schlüssel. Welchen habe ich denn? Das ist meiner, glaube ich. Du machst immer noch voll in der Exxon dabei. Ich gucke mal, ob das geht. Du machst einfach hin und her. Meins rein. Dann müssen sie aber auch bitte ein machen. Okay. Vielleicht habe ich jetzt 10 in den. Das ist ein Trick. Fuck, das ist ein Bulle. Ich auch. Alle weg da, Patrick. Oh, Mann. Ich stehe. Ich stehe den da jetzt wiederbelebt, Mann. Nicht einsteigen. Hallo, Uwe, wir sind aber auch schon, wenn er uns sieht. Wir haben einen Rucksack voller Kokain, Alter. Wir müssen jetzt natürlich wirken. Sobald ein kleines Anzug Rucksack der eines schwarzen. Dann müssen wir den Teele jetzt abgeben. Perfekt, Mann. Einsteigen. Mal gucken, ob ich da weiß, was ist. Ja, das ist halt ein Borchel, was dann keine Anhege, die wir schon wieder haben haben. Ich habe nichts zu tun. Was hast du denn gesagt? Kein Problem. Das ist eine Vorschrift, dass keine Anhege sitzen lassen. Okay. Nein, für das Wiederbeleben natürlich und ja, für das Fliegen. Ebenso. Dankeschön. Ja, bitte. Ich mach das wieder aus. Dominik, was kostet das jetzt? Was ist das? Processing. Nichts mehr. Wir haben uns so die License gekauft damals. Hast du das auch, Patrick? Nee, wie viel kostet die? Boah, dann kann ich nicht mehr. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht mit. Jetzt müssen wir halt kurz da hochlaufen. Das sind 700 Meter, 750. Also seid ihr gerade da, oder was? Crash gehabt. Aber das ist doch völlig übertrieben, Alter. Da kann ich Auto-Explosion und Tod. Nein, das ist, weil du, denke ich mal, so viele Unfälle vorher hattest, oder nicht? Nee. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ja. Die Autos waren aus 3. Einfach reingelesigt. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern einfach komplett in mir drin, ey. Eine Sekunde später wird direkt Explosion. Wenn ich mich auf der Hauptstraße sind, kannst du das Licht mal ausmachen? Ja, ich hab's nicht sowieso aus. Achso, okay. Ich hab was an wegen den Zäunen. Für Uwe. Die Autos beleidigt, wie ich einfach weiß. Das ist so, Alter, Uwe. Gleich immer wärmisch. Ich mach dir den Kopf. Jetzt kann ich dir vollkommen. Oh mein Gott. Bedroht er mich gleich manchmal, Alter. Brauchst du erst Geld, Markus? Ja. Kommt, Uwe, wenn die kommen, dann schießen wir die Reifen kaputt, komm. Die kommen gar nicht mehr hier weg. Für die gute Logik. Was macht links aus, straße rechts? Äh, links mag jetzt. Ey, ich hab cool, der Schoss hier. Oh, der Schoss. So hat das Video angefangen, Mann. Uwe, wir haben beide 40, Mann. Hey, schau mal den Bastard auf meiner Ladefläche an. Ich schwör's dir, Mann. Bestes Satz, Einleitung vom Video. Schau dir mal den Bastard auf der Ladefläche an. Alter, ich krieg mich nicht für, Mann. Das wär echt witzig, Mann. Dann kommt der im Hintergrund, steigen die schon so aus. Vor mir und sich. Hast du das echt hochgeladen, oder was? Ja, Mann, ich hab's nicht das Video. Markus, rette uns. Nee, wärst du dich einfach herrschmal öffnisch. Hast du, ähm... Oh, fuck it. Hast du ein Repair-Kit? Ich hab gar nichts, oder? Nein, ich hab Markus eben eingegeben. Nein. Gar nichts. Ich hab euch aufgemacht. Ja, nee, ich meine, die ganze Rechnung geht nicht aus. So ohne Repair-Kit. Ähm, ja, abschließen und stehen lassen. Oder ein ADAC rufen. Nee. Nach dem Server-Restart ist schon wieder eine Garage. Eben. Ich will mir nichts sagen, aber... Alle oder keiner. Alle oder keiner. Alle oder keiner. Die sind kurz vor der Stadt. Und ich hab 20 Kugeln im Magazin. Wie weit ist noch zum Plaktyle? Nein. Zwei Kilometer. Wo sind wir da? Boah, das ist noch zu mies. Oh fuck. Das Pieces fällt um den Scheiß. Soll mal laufen kurz, Patrick. Zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Ja, geh da nicht noch auf die Ladefläche. Weißer. Mach mal aus. Hab ich doch schon. Staufen. Nee. Hm-m. Alter fuck Ja komm dann lass laufen, kurz die zwei Grimme Komm, wir schießen einfach in Platten, Alter Dann sind wirklich das beide Fahrzeuge kaputt Ja komm Doch, das ist ein Deal, Mann Komm Alter, nur mal hin, ich bin auf Markus sitzt im Auto und weiß nicht, wie ihm geschieht Und beide Ballen auf die Reifen Mist geboten, Alter Nein Komm Schließen ab Wenn alle abschließen, der ist nachher wieder in der Garage Braucht man doch noch eine Lizenz oder was? Ja, Mann Ah, die muss man beim Auto kaufen wollen 3, regroup 2, zurück Zurück zur Formation Ah, sag mal den Klabert Ja, keine Ahnung was das soll Das sagt immer an, wo wer ist Und ob Gegners und dann so Ey, kannst du nur kaufen, oder was? Hab ich auch nicht verstanden Diesen, komischen Weiß nicht, wie man das nennt Ich weiß nicht, ob du da kaufen oder verkaufen kannst Kannst du irgendwie zeitlich begrenzt irgendwas machen Aber sehr gut Sehr, sehr gut Alter, schon mies Ich glaub, wir haben echt mehr verloren, als wir gemacht haben Ja, Mann Bank Insurance kostet 1000 Und Ja, das ist glaub ich immer für so eine Server-Einheit Ja, das ist glaub ich immer für so eine Server-Einheit Schneller 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 Ich bin doch für so ein Chef Man schießt normalerweise über die Leute drüber, nicht in den Boden, ey Stepp, Junge Lass mich durch Aber das ist was anderes als ne Gang, was ich hier aufgemacht hab, ne? Ein bisschen grubbeln Ja Oh, da wird jemand mehr mit den Moriden vom Stray Wie geht Gang?